Erstelle ein Lego-Containerschiff mit 1000 Legosteinen. Jetzt ein Lego-Piratenschiff mit 100.000 Legosteinen. Noch schnell ein Lego-Kreuzfahrtschiff mit einer Million Legosteinen. Mit 10 Millionen Legosteinen ein Lego-Kriegsschiff. Gib alles und erstelle ein Lego-Schlachtschiff mit 100 Millionen Legosteinen. Schau in die Zukunft und erstelle ein Lego-Schiff mit 100 Millionen Legosteinen. Schaue noch mehr in die Zukunft und erstelle ein Lego-Schiff mit einer Milliarde Legosteinen.